Fangen wir an. Der wichtigste Faktor jetzt seit vielen Jahrzehnten ist die Anzahl der engen sozialen Beziehungen, die wir pflegen. Also gar nicht unbedingt der Lebenspartner, sondern eben die tiefen Freundschaften, die wir in unserem Leben haben, ist der Indikator Nummer eins, ob wir glücklich und vor allem auch, ob wir gesund sind und erst recht im Alter. Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin zwar auch gern mal alleine, aber ich würde mich schon als ziemlich sozialen Mensch beschreiben. Ich bin gern in Gesellschaft und natürlich habe ich Freundschaften, die mir sehr wichtig sind. Und da gibt es diese alten Freunde und Freundinnen, die man seit dem Kindergarten kennt und ganz neue, frische Freundschaften. Die habe ich auch. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Bekanntschaft und einer echten Freundschaft? Und wieso ist es so einfach, in der Schule jemanden zu finden, mit dem man gut zusammenpasst und später im Leben gefühlt viel schwieriger? All das erklärt der Autor, TikToker, Coach und Social Media Marketing Experte Felix Wunicke in seinem aktuellen Buch Alles, was du übers Freunde finden, wissen musst. Und ja, Felix schafft es mit seinen Tipps, nicht nur im Berufsleben Firmen mehr Follower zu generieren. Er hat mit seinen Tipps auch schon Menschen geholfen, sich zu finden. Und wenn ihr einsam seid und euch fragt, wie komme ich da raus? Dann solltet ihr jetzt die Ohren spitzen, denn er hat ein paar echt gute Tipps parat. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, lieber Felix Wunicke. Freut mich, dass ich hier sein darf. Hi. Felix, wir nehmen jetzt an einem Nachmittag, mitten in der Woche, kurz nach fünf auf. Wie viele Freunde hast du heute schon getroffen? Getroffen tatsächlich, da ich den ganzen Tag im Homeoffice war, kein einzigen. Bin aber jetzt eine Stunde Auto durch die Gegend gefahren und habe da mit einer meiner besten Freundinnen die komplette Autofahrt, die komplette Stunde telefoniert und davor schon mit einigen geschrieben und kommuniziert. Sprachnachrichten in Textform und so weiter. Und werde mich jetzt dann nach diesem Podcast auch noch mit einer Freundin zum Essen treffen. Das klingt sehr gut. Das klingt danach, dass du viele Freunde wahrscheinlich hast. Wie viele Freunde hast du? Kannst du uns das verraten? Und wie viele Freunde kann überhaupt ein einzelner Mensch haben? Also ich glaube, auf sowas gibt es keine pauschale Antwort. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe neun Freunde und insgesamt kann ein Mensch elf Freunde haben. Und deswegen habe ich noch zwei Slots preisen nach dem Motto. Das ist ja das Schöne, dass das was super Individuelles ist und dass es da kein richtig oder falsch gibt. Bei mir konkret ist das auch. Es gibt sechs Menschen in meinem Leben, die ich meine engsten Freunde nenne, wo ich weiß, die kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Und da kann ich mich zu 100 Prozent auf die verlassen. Und dann gibt es einige mehr, die Freunde sind, einige mehr, die gute Bekannte sind. Da sind ja die Grenzen dann sozusagen fließend letztendlich. Und das ist aber genau der Punkt auch. Es gibt ja Menschen, die komplett introvertiert sind und die ein, zwei echte Freunde in ihrem Leben brauchen und mit denen dann einmal die Woche was machen und den Rest der Zeit lieber alleine sind. Und das ist völlig in Ordnung so. Und genauso gibt es am anderen Ende des Spektrums Menschen, die jeden Tag zehn neue Menschen kennenlernen müssen. Sonst war das kein guter Tag für sie. Und die allermeisten sind ja irgendwo dazwischen. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr am extrovertierten Ende, was das angeht. Aber ich brauche definitiv auch meine Zeit für mich. Ja, du hast es gerade angesprochen. Freundschaft ist nicht gleich Freundschaft. Als meine Kids klein waren, haben die immer gefragt, da kamen öfter mal so Mamis zum Kaffeetrinken vorbei oder wir sind irgendwo hin. Und mein Sohn hat dann immer gefragt, ganz interessiert, ist das jetzt eine Freundin, Mama, oder ist das eine Bekannte? Ab wann ist man befreundet eigentlich? Weil manchmal wusste ich die Antwort auch nicht so richtig. Also es gibt eine Studie dazu, die sagt, dass es ungefähr 160 Stunden braucht, bis man eine Person Freund oder Freundin nennen kann. Das ist natürlich jetzt ein Durchschnittswert. Auch das ist aus meiner Sicht was, wo es keine pauschale Antwort drauf gibt. Da hat auch jeder seine eigene Definition von einem Freund, von einer Freundin so ein bisschen. Ich glaube, es ist der Punkt, ein für mich großer Punkt in Freundschaften konträr zu bekannten, ist erstens, dass man auch ohne Probleme was zu zweit machen kann und das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit zumindest tut. Und das finde ich jetzt auch eine ganz, das habe ich aus einem Film mal gehört, das finde ich eine ganz schöne Definition. Man kann beisammen sein und es kann Stille sein und es ist nicht peinlich oder komisch oder irgendjemand hat das Gefühl, er muss jetzt irgendwas sagen, um diese Stille zu unterdrücken, zu unterbrechen. Und in guten Freundschaften, finde ich, sollte auch das kein Problem sein. Boah, das ist aber dann schon, das ist schon irgendwie so die höchste Stufe der Freundschaft, oder? Das sind schon relativ gute Freunde, ja, doch auf jeden Fall. Weil von denen habe ich, glaube ich, auch jetzt nicht so viele, wo man wirklich gar nichts sagen muss, ohne dass es irgendwie komisch ist. Das mag sein, das stimmt. Aber Freundschaft ist für uns alle essentiell. Der Mensch ist ein soziales Tier und das ist auch wissenschaftlich belegt. Du zitierst da immer wieder in deinem Buch auch die Harvard-Studie. Sagst du, das ist auch deine Lieblingsstudie zum Thema Freundschaft. Was ist das für eine Studie gewesen? Also die Harvard-Studie zur Erwachsenenbildung, heißt sie, glaube ich, auch, wenn man sie auf Deutsch übersetzen möchte, ist letztendlich eine meiner Lieblingsstudien, weil die einerseits schon seit vielen, vielen Jahrzehnten läuft, also seit den 50er Jahren, glaube ich, die letztendlich erforscht. Der eigentliche Sinn dieser Studie war zu gucken, wann und unter welchen Bedingungen und Faktoren sind Menschen glücklich und gesund. Also was sind die größten Einflussfaktoren auf langfristiges Glück und langfristige Gesundheit? Und da denkt man ja zuerst mal irgendwie an Dinge wie, also gerade beim Thema Gesundheit, wie raucht die Person, ernährt sich die Person gesund, bewegt sich die Person viel und so weiter. Bei Glück denkt man ganz oft vielleicht an Hochzeit oder ist die Person geschieden oder hat sie einen Lebenspartner oder verdient sie ganz viel Geld und so weiter. Und das sind natürlich alles Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber seit jetzt mittlerweile 80 Jahren, die ist in der dritten Generation, diese Studie mittlerweile, also die beobachtet Menschen eben und befragt sie über verschiedene Lebensaspekte Jahr für Jahr. Und der wichtigste Faktor jetzt seit vielen Jahrzehnten ist die Anzahl der engen sozialen Beziehungen, die wir pflegen. Also gar nicht unbedingt der Lebenspartner, sondern eben die tiefen Freundschaften, die tiefen Beziehungen, die wir in unserem Leben haben. Und die Tatsache, ob wir das haben oder andersrum gesagt, ob wir einsam sind in unserem Leben, ist der Indikator Nummer eins, ob wir glücklich und vor allem auch, ob wir gesund sind. Und das wäre echt im Alter. Ja, das Thema Einsamkeit, das hat ja jetzt im Sommer auch viele ganz schön erschüttert. Da kam ja diese Einsamkeitsstudie raus, dass vor allem junge Menschen sich zunehmend einsam fühlen. Dabei sind es ja eigentlich die Leute, die das Handy voller Dating-Apps haben und voller Social Media und voller Connection. Hast du das auch in deinem Umfeld? Ich meine, ich würde dich auch noch zu den jungen Menschen zählen. Ist da das Thema Einsamkeit, spielt das auch eine große Rolle wirklich? Mit Sicherheit. Ich glaube, gerade das Social Media Thema ist Fluch und Segen zugleich. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also ich verdiene ja mit Social Media direkt und indirekt meinen Lebensunterhalt. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Ich glaube aber trotzdem auch definitiv die negativen Seiten sehen zu können, weil genau das ist so ein bisschen die Gefahr. Wir haben das Gefühl, wir sind connected die ganze Zeit. Wir haben das Gefühl, wir müssen nur Instagram öffnen und sind gleich geupdatet über das Leben aller Menschen, die wir kennen und die wir nicht kennen. Wir haben das Gefühl, wir können Tinder öffnen und haben morgen schon ein Date mit einer Person. Und klar, die sozialen Medien, das Internet bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, um connected zu sein. Wahnsinnig viele tolle Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten. Aber auf der anderen Seite in diesem Kontext auch ganz, ganz viele Gefahren. Denn wir haben nämlich nur das Gefühl, wir kennen die Menschen wirklich, sind aber dann erst recht nicht dazu verleitet, uns auch im echten Leben mit Menschen zu treffen. Oder das geht so ein bisschen unter. Und oft sind es eben genau diese Beziehungen im echten Leben, die dann darunter leiden und die dazu führen, dass wir uns am Ende eben doch einsam fühlen, weil wir vielleicht viele Menschen kennen, aber nur wenige wahre Freundschaften und tiefgründigere Beziehungen haben. Gibt es da eine Voraussetzung, die man mitbringen muss, um Freunde knüpfen zu können, um Freundschaften knüpfen zu können? Oder ist das Typ unabhängig? Würdest du jetzt sagen, jeder, der es möchte, kann es schaffen? Also zu 100 Prozent kann. Und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal die Erfahrung gemacht, selbst die, die jetzt sagen, sie haben keine Freunde. Und da gibt es leider ja auch einige. Aber jeder hat schon mal die Erfahrung gemacht, in seinem Leben einen Freund zu haben. Und wenn es auch nur für eine Periode war. Oder hat Freunde, auch wenn es nicht so viele sind, wie er gerne hätte und so weiter. Aber letztendlich sind wir Menschen soziale Wesen. Das war historisch auch schon immer so. Das hat uns damals das Überleben gesichert letztendlich, dass wir uns zusammengeschlossen haben, aber auch über eine Zweckbeziehung hinaus Freundschaften geknüpft haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt vom Menschsein, sozial sein. Und deshalb zu 100 Prozent, jeder kann und sollte Freunde in seinem Leben haben. Wie gesagt, wie viele, wie diese Beziehungen aussehen, wie oft man die sieht und so weiter, da wird es super individuell. Und da gibt es kein Richtig oder Falsch. Aber definitiv sind wir soziale Wesen, die nicht überleben könnten, wenn wir nicht sozial wären. Und es gibt Tipps und Tricks und ein paar Kniffe. Es gibt ja unzählige Ratgeber, wie finde ich den richtigen Partner, die richtige Partnerin. Und ich musste beim Titel deines Buches Freunde finden auch so ein bisschen an das Thema Liebe finden denken. Viele Menschen suchen daher nach einer Anleitung und in Sachen Freunde finden, sagst du, gibt es da durchaus auch einiges, was man lernen könnte. Zu 100 Prozent, aber es gibt eben wahnsinnig wenig Material dazu. Und das ist das, bei mir war ja so ein bisschen die Geschichte. Ich bin vor, also ich begonnen habe, mich damit intensiver zu befassen. Ich bin vor vier Jahren von Regensburg nach München gezogen, in für mich eine komplett fremde neue Stadt und habe dann quasi erst mal mehr oder weniger von Null gestartet wieder. Und das war halt genau so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, ich bin immer so ein Mensch, ich beginne dann, das irgendwie bei YouTube erst mal einzugeben, mir Tutorials, Bücher dazu zu holen, mir irgendwie Informationen dazu anzueignen. Und habe gemerkt, hey, das gibt das ein oder andere Buch, das ein oder andere Video dazu. Aber im Großen und Ganzen gibt es eben gar nicht mal so viel. Im Vergleich zu Conträr, was du angesprochen hast, wahnsinnig viele Videos, Bücher etc. zum Thema Dating, zum Thema, wie finde ich den richtigen Lebenspartner. Und habe deshalb eben gesagt und gemerkt, hey, da muss ich mich intensiver einarbeiten, da muss ich aus verschiedenen Bereichen gucken, ob es jetzt Körpersprache ist, ob es Selbstbewusstsein ist, ob es Kommunikation ist, Eventorganisation ist etc. Und mir das so ein bisschen zusammensuchen, dass ich da eine Art Guide habe, der mir wirklich hilft, mir einen tollen, erfüllenden Freundeskreis aufzubauen. Und da sind wirklich ein paar ganz coole Tipps drin. Ich finde auch, das Wichtigste eigentlich, das, was du da beschreibst, ist, dass ich mir auch erst mal bewusst werden muss, was will ich denn überhaupt? Oder wo will ich denn überhaupt hin? Dieses große Wort vom Visualisieren, das hört man ja auch unter dem Stichwort Manifestieren immer wieder auf Social Media in letzter Zeit sehr, sehr inflationär. Aber du sagst, nee, das ist ein Tipp, den sollte jeder sich mal zu Herzen nehmen. Stichwort vielleicht sogar ein Vision Board erstellen. Wo möchte ich eigentlich hin, oder? 100 Prozent. Also letztendlich ist das ja nur ein Lebensbereich von vielen, die wir brauchen, um glücklich, um erfüllt zu sein. Ich kenne das eben aus meinem beruflichen Alltag sehr viel, dass man mit Zielsetzung arbeitet und so weiter, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und so ist Manifestation auch ein ganz großes Ding, Vision Board, Visualisieren und so weiter. Und warum nicht das Gleiche auch auf das Thema Freundeskreis anwenden? Ich verstehe, dass das jetzt nicht so ein Leidenschaftsthema von vielen Menschen ist. Deswegen habe ich das Buch ja auch Alles, was du über das Freunde finden, wissen musst genannt. Weil aus meiner Sicht hat man das Buch gelesen und angewandt und dann sollte man das verstanden haben für den Rest seines Lebens fähig sein, sich einen tollen Freundeskreis aufzubauen. Aber wenn man eben in der Situation ist, wo man nicht so zufrieden ist mit seinem Freundeskreis, mit seinem sozialen Umfeld, wie man das gern hätte, wie man das gern wäre, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, den man angehen kann, aktiv angehen kann und dann natürlich sich auch erst mal im Klaren werden muss, was will ich denn überhaupt? Wie soll mein Leben aussehen, um dann die nötigen Schritte zu übernehmen, um das Ganze umzusetzen? Dazu gehört ja auch eine Bestandsanalyse, weil du hast vorhin auch gesagt, viele sagen, ich habe gar keine Freunde. Und wenn man aber mal wirklich mal drüber nachdenkt, fallen einem dann vielleicht doch ein paar Personen ein, die vielleicht doch Freunde sind. Ganz genau. Also erstens das, dass man da oft auch irgendwie ein bisschen zu negativ drauf blickt und vielleicht einfach doch der nächste soziale Kontakt, das nächste Treffen mit einem Freund, nur einen Anruf, nur eine Nachricht entfernt ist. Also oft ist es doch simpler, als man denkt. Oder zumindest hat man definitiv ganz, ganz viele Bekannte, wo das Potenzial drin steckt, dass diese Person ein echter Freund werden kann. Und dann da mal ein Stück weit ein bisschen aus der Komfortzone zu gehen, sich zu überwinden, meiner Person zu schreiben, sie anzurufen, sie anzusprechen, um da eben eine tiefgründigere Beziehung daraus werden zu lassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, an dem kann man definitiv arbeiten. Das Stichwort Bekannte hast du gerade auch wieder gebracht, die vielleicht zu Freunde werden. Es geht ja immer so ein bisschen um Verbindung bei Freundschaften und du ja sicher auch. Fast jeder hat so diese Freunde aus der Kindheit, denen man sich so wahnsinnig verbunden fühlt, auch wenn sie eigentlich gar nicht mehr Bestandteil des Alltags sind. Ich habe so eine Freundin, die kenne ich im Grunde von Geburt an. Wir leben komplett unterschiedliche Leben in unterschiedlichen Städten. Trotzdem würde ich sagen, es ist wirklich so fast meine beste Freundin. Je älter man wird, denkt man sich, so eine Verbindung mit jemandem aufzubauen nochmal, funktioniert nicht. Aber du sagst ja, der Zug ist nicht abgefahren. Der Zug ist nicht abgefahren. Es ist schwerer. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das hängt unter anderem auch mit dem Mere Exposure Effekt zusammen, der ganz simpel besagt, dass wir Dinge und oder Menschen mehr mögen, wenn wir mehr Zeit mit ihnen verbringen. Das ist im Marketing ein wichtiger Grundsatz, aber natürlich genauso in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Eben, wie gesagt, ich habe es angesprochen, ungefähr 80 bis 160, 164 Stunden muss man Zeit mit jemandem verbringen. Im Bestand natürlich positive Erfahrungen auch sammeln in dieser Zeit, um mit einem Menschen befreundet zu sein. Und das war zu Schulzeiten natürlich sehr, sehr leicht, weil wir jeden Tag sechs Stunden mindestens mit ganz, ganz vielen Menschen in unserer Altersgruppe zusammengerockt sind in der Schule und da quasi auch viele Gemeinsamkeiten hatten, viele gemeinsame Feinde, in Anführungszeichen irgendwie, dass man sich gemeinsam mal beschweren konnte über Schularbeiten etc. Und sowas natürlich alles Faktoren sind, die dazu führen, dass man sich zusammenschweißt und dass man da fast unweigerlich Freunde findet. Und das wird aber natürlich deutlich schwieriger, wenn man erwachsen ist, diese Menschen zu finden. Dann gibt es natürlich den Job, wo man das vielleicht wieder hat, dass man gemeinsam ganz viel Zeit mit Menschen verbringt. Da ist aber ein Faktor wie zum Beispiel Homeoffice jetzt seit der Pandemie, wovon ich nicht falsch verstehen, ein großer Fan bin, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, Homeoffice zu machen. Es hat ganz, ganz viele Vorteile für Menschen mit Familien, dass man sich den Arbeitsweg spart etc. Das ist ganz toll. Aber was eben verloren geht ganz oft, sind diese kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen, Konversationen und so weiter im Alltag, die wir eben nicht mehr haben, weil wir zu Hause rocken, deshalb nicht mehr zusammen in der Küche, an der Kaffeemaschine, uns mit den Kollegen kurz treffen, ein paar Minuten reden und so weiter. Und das aber genau diese wichtigen Faktoren sind, diese Regelmäßigkeit, diese Mere Exposure, die wir gebraucht haben, um eine Freundschaft zu knüpfen. Und deshalb ist es schwerer, aber absolut nicht unmöglich. Wir müssen das nur aktiv in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass wir eben Menschen kennenlernen, erstens, die potenziell Freunde werden können und zweitens dann auch die Zeit und die Energie reinstecken, aus diesen Bekannten wirkliche Freunde zu machen. Ja, und das ist gut, wenn man dann dein Buch zum Beispiel gelesen hat und deine Tipps oder jemanden trifft, der das schon verinnerlicht hat. Das ist mir nämlich tatsächlich letztes Jahr so gegangen. Ich habe eine Frau kennengelernt, wir haben uns gut unterhalten, auf so eine Ausstellung und uns dann vernetzt und tatsächlich hat sie sehr darauf bestanden, dass wir uns dann regelmäßig treffen und zusammen Dinge unternehmen und ich habe es am Anfang als penetrant empfunden oder als was möchte sie eigentlich von mir, aber dadurch ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden und sie hat mir dann auch gesagt, ja, man wird nicht Freunde, wenn man sich einmal trifft und sich dann drei Jahre auf Instagram schreibt, sondern man muss es wirklich aktiv angehen und das fiel mir wirklich wie Schuppen von den Augen, als ich das in deinem Buch gelesen habe. Zu 100 Prozent. Es ist toll, dass du da so eine Erfahrung gemacht hast. Ich glaube, da geht es vielen von uns immer wieder so und das kann man sich ja dann immer zur Motivation nehmen, auch mal selbst dieser Mensch zu sein, weil wir sind ja ganz oft, machen wir das ja auch gar nicht aus Bosheit, dass wir uns bei jemandem dann nicht mehr melden, nachdem wir uns kennengelernt haben, sondern einfach, weil wir halt einen stressigen Alltag haben. Familie, Job, Büro, Hobbys, da kommen ja so viele Dinge rein, die das einfach erschweren oder die dringender in dem Moment sind, als jetzt irgendwie eine neue Freundschaft potenziell aufzubauen, aber sich da ganz bewusst mal die Zeit zu nehmen, sich auch zu belegen, wie viel soziale Energie habe ich an einem Tag in einer Woche, wie viel Treffen kann ich sozusagen wirklich gewährleisten, ohne dass ich mich überfordert fühle, weil ich eben beispielsweise eher ein introvertierter Mensch bin, aber dann wirklich auch mal bewusst diese Zeit reinstecken, bewusst die Energie reinstecken, ab und zu vielleicht auch mal das Ego ein bisschen runterschlucken und sagen, hey, die Person war bestimmt im Stress, deshalb hat sie sich jetzt nicht gemeldet, dann melde ich mich jetzt halt noch ein zweites Mal beispielsweise. Das ist auch so ein großes Thema, auch dass man da, dass das Ego einem da ein bisschen in die Quere kommt und dann aber quasi wirklich das aktiv angehen, vor allem, wenn man eben mit seinem jetzigen Umfeld, Freundeskreis nicht so zufrieden ist, wie man das gerne hätte. Du sagst ja auch, man muss, auch wenn man introvertiert ist, diesen Schritt doch öfter einfach mal machen, den Mut aufbringen. Ist ja ähnlich wie wahrscheinlich beim Daten oder bei der Partnersuche. Wenn ich es gar nicht erst probiere, dann werde ich auch nie rausfinden, ob es vielleicht doch geklappt hätte. Ganz genau. Also wie gesagt, da gibt es Mittel und Wege, das leichter zu machen und es gibt kein hundertprozentiges Richtig- oder Falsch, auch hier wieder. Aber ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, egal ob intro oder extrovertiert, ab und zu seine Komfortzone zumindest situativ verlassen muss. Und wenn es das ist, eine Person mal ansprechen oder anschreiben, dann ist das eben das, wo man die Komfortzone verlässt. Man kann sich das leichter machen. Es gibt, da ist zum Beispiel für mich, kommt die ganze Online-Welt wieder ins Spiel. Man kann Apps dafür nutzen. Es gibt Bumble Friends beispielsweise. Man kann, es gibt hier zum Beispiel München, gibt es ganz viele Facebook-Gruppen neu in München, wo sich Leute vernetzen, die neu nach München gezogen sind, Freunde finden wollen. Es gibt Veranstaltungen, es gibt sowas wie Laufgruppen, Buchgruppen. Also da ist immer auch ein ganz wichtiger Tipp, den ich gebe, sich mal zu überlegen, was macht man denn ohnehin schon gerne, dann einfach auf Treffen zu gehen, wo Menschen zusammenkommen, die das auch gerne machen. Weil das muss man nicht unbedingt immer alles alleine machen. Und das ist eben gemeinsame Interessen, das ist ein super Klebstoff für soziale Beziehungen, für Freundschaften und oft ein viel entspannterer Einstieg, weil man irgendwas währenddessen macht und dann viel entspannter ins Gespräch kommt, das weniger Überwindung ist, als jetzt beispielsweise einen stemmenden Menschen auf der Straße anzusprechen und ein Gespräch zu verwickeln, was für viele, glaube ich, eine riesige Überwindung wäre. Ja, aber ist auch eine Möglichkeit. Da sprechen wir gleich weiter. Wir machen ganz kurz unser Ying und Yangbei, fangen wir an. Habe ich dir vorher gar nicht verraten. Bist du bereit? Ich hoffe. Okay, remote oder vor Ort? Aus meiner Sicht ganz klar vor Ort. Ich bin, wie gesagt, ein großer Fan davon, dass es remote gibt und mache das immer so, dass ich einen Tag die Woche remote arbeite, aber vier Tage im Büro. Unter anderem aus diesen zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir bereits angesprochen haben, aber weil ich auch finde, dass man zumindest bei dem, was ich jetzt gerade beruflich mache, deutlich schneller und besser vorankommt, wenn man das gemeinsam in einem Raum macht, gemeinsam die Energie spürt sozusagen und da zusammen an ein Ziel hinarbeitet. Also ich bin großer Fan von vor Ort, aber definitiv mit der Möglichkeit, auch remote arbeiten zu können. TikTok oder Instagram? Boah, ganz schwer. Mit TikTok bin ich groß geworden, wenn man so will. Das war ja die erste Plattform, wo ich Content gepostet habe, also als Content Creator groß geworden. Deshalb hat die immer noch so ein bisschen, was jetzt Videos, Content angeht, mein Herz für die Kommunikation, aber definitiv Instagram, also um mit Menschen zu kommunizieren, zu schreiben, Kontaktdaten auszuschauschen etc. Da ist es dann doch eher Instagram. Coachen oder gecoacht werden? Auch super schwer, weil beides unfassbar wichtig ist. Also ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel im Leben daraus von Menschen, die in bestimmten Lebensbereichen mehr erreicht haben, als man selbst zu lernen und immer offen zu sein zu lernen. Genauso wichtig, aber Gleichgesinnte zu treffen, mit denen man gemeinsam auf etwas hinarbeiten kann. Und genauso wichtig, jemand, der in einem bestimmten Lebensbereich vielleicht noch nicht so weit ist, wie man selbst, das Wissen dann auch weiterzugeben. Also da fällt mir die Entscheidung unfassbar schwer, weil das einfach beides essentielle Bestandteile des Lebens sind aus meiner Sicht. Können wir auch so stehen lassen. Analog oder digital? Also die digital, ich beziehe es jetzt mal auf die Fotografie, weil ich ja auch viel fotografiert und fotografiert habe und Content produziere und so weiter. Digital, wenn ich mich entscheiden müsste, digital, weil da kann man viel mehr damit machen, gerade für Social Media und so weiter. Unfassbar wichtig. Analog, aber auch was wahnsinnig Schönes. Ich liebe analoge Fotografie. Ich habe hier in meinem Zimmer eine Wand, wo ich jeden, der meine Wohnung besucht, mit einer Analogkamera fotografiere und das dann an die Wand pinne, was ich wahnsinnig schön finde. Und genauso natürlich generell digitale, analoge Medien. Ich finde Bücher wahnsinnig wichtig. Ich finde genauso aber die digitale Social Media Welt etc. wahnsinnig wichtig. Also tendenziell glaube ich doch etwas mehr digital, aber auch beides hat seinen Platz und seine Wichtigkeit. Ich glaube, es kommt jetzt immer beides. Small Talk oder Big Talk? Also da ist Small Talk wahnsinnig wichtig für den Einstieg. Also es gibt ja wahnsinnig viele Menschen, die sagen, die ganz stolz sagen, ich führe keinen Small Talk und sowas mache ich nicht und so. Ich glaube aber gerade, wenn es darum geht, Menschen überhaupt erstmal kennenzulernen, dann ist es unausweichlich, Small Talk zu nutzen und erstmal ins Gespräch zu kommen, erstmal warm zu werden, um dann eben so schnell wie möglich überzugehen in den Big Talk, weil natürlich die tiefgründigen Gespräche das sind, wo echte tiefgründige Beziehungen daraus entstehen und deshalb ist der Big Talk viel, viel wichtiger unterm Strich. Sport oder Kino? Auch beides sehr schön, wobei ich sagen muss, bin ich ehrlicherweise mehr der Netflix-Mensch als der Kinomensch, deshalb entscheide ich mich für den Sport auf jeden Fall. Okay, jetzt noch zwei. Drinnen oder draußen? Ja, auch da die Mischung macht. Ich bin da oft in between sozusagen, aber draußen ist auf jeden Fall was, was nicht fehlen darf beziehungsweise wenn ich Phasen habe, wo ich es länger nicht schaffe, mal irgendwie einen Spaziergang zu machen, in die Natur zu fahren, zumindest in den Park zu gehen oder so, dann merke ich, dass es mir nicht so gut geht. Deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Part. Okay, und das letzte, Los Angeles oder München? In L.A. habe ich ein halbes Jahr gelebt, war jetzt erst vor zwei Wochen wieder da und habe mich damals schon total in diese Stadt verlebt. Ich finde es wunderschön. Ich habe immer gesagt, mein absoluter Traum-Lifestyle ist ein Leben, wo ich so neun Monate im Jahr, neun bis zehn Monate im Jahr in München oder zumindest auf jeden Fall in Bayern lebe und zwei bis drei Monate im Jahr, die ich dann so wie hässlichen Wintermonate, die ich dann in Los Angeles überwintere und verbringe und da quasi einen Zweitwohnsitz habe. Das ist so ein Traum-Lebensziel, auf das ich irgendwann mal hinarbeiten will. Also auch da definitiv die Mischung für den Lebensmittelpunkt, aber auf jeden Fall Deutschland. Also das ist sowas auf deinem Vision Board sozusagen? Das ist sowas auf meinem langfristigen Vision Board, Genau. Und du hast es ja auch beschrieben, wie du nach München gekommen bist. Du hast es vorhin schon angedeutet. Es war während der Pandemie und die Probleme damals, also es war jetzt schon das Ying und Yang, vielen Dank. Das war während der Pandemie, als du nach München gekommen bist und damit steigst du ja in deinem Buch auch ein, dass es da schwierig war, nach draußen zu gehen, Menschen zu treffen, zu connecten. Jetzt ist die Pandemie vorbei. Wir alle können wieder raus. Wir können alles machen, die ganze Zeit, immer und überall. Aber wo treffe ich am besten Menschen? Wo gehe ich hin? Gibt es da einen generellen Tipp? Es gibt leider auch wieder erstmal nur den Tipp, dass das individuell ist, dass es nicht die eine Antwort gibt. Leider oder Gott sei Dank, wie man auch will. Es gibt genauso wenig, wie man sagt, ja man muss jetzt in den Club gehen, in eine Bar gehen, was auch immer. Wenn man das nicht gerne tut, dann werden da wahrscheinlich auch Menschen sein, die man nicht unbedingt gerne kennenlernen will. Dann sind es andere Orte, die besser für einen sind. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe, ist da eigentlich der beste Tipp, sich zu überlegen, wo kommen Menschen zusammen, die das gerne tun, was ich gerne tue und oder wo kommen Menschen zusammen, die potenziell Freunde werden können. Bei manchen vielleicht der Club, die Bar, was auch immer. Bei anderen ist das eben Laufclub, Sportveranstaltungen, Buchclub, Messen, Businessveranstaltungen, was auch immer das ist. Und das ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr leichter Einstieg, oft um ganz viele Menschen zu treffen, die ähnliche Interessen haben. Was ich in deinem Buch gelesen habe, was ich total gut fand, dahin zu gehen, wo ich mich wohlfühle. Also erst mal zu gucken, wo sind denn eigentlich meine Orte, an denen ich mich auch vielleicht sicher fühle und vertraut und da dann gucken, wer ist denn da noch so? Ganz genau. Das ist natürlich ein unfassbar wichtiger Aspekt. Es kann im Übrigen aber auch so was sein, wie, dass ich mich sozial engagiere zum Beispiel. Das ist was, was oft vergessen wird. Oder zum Beispiel gerade am Land, Vereine gibt es ja noch und nöcher, die aber auch klagen momentan, dass sie immer weniger Mitglieder bekommen. Aber das ist eben ein unfassbar wichtiger, relevanter Aspekt in dem Kontext, den man da nicht vergessen darf. Und so, dann fühle ich mich ja auch viel selbstbewusster und tue mich viel leichter, jemanden vielleicht mal anzusprechen, ein Gespräch zu überwickeln, gleich ein Thema zu haben, wo ich auch viel darüber reden kann, als wenn ich jetzt irgendwas total Fremdes Neues mache, wo ich mich ohnehin schon nicht wohlfühle. Genau, du sagst ja auch, es ist total wichtig, gerade wenn ich nach einer echten Freundschaft suche, dass ich mich nicht verstelle. Weil viele Menschen, das kennt man ja von sich selber auch, man möchte vielleicht unbedingt mit jemandem connecten und dann versucht man sich irgendwie so zu präsentieren in dem besten Licht. Das ist aber der falsche Weg, sagst du ja auch. Ganz genau. Also ich finde, ein ganz, ganz schöner Satz ist Ausdruck statt Eindruck. Also wir wollen immer einen Eindruck machen. Wir wollen immer auch in einem Gespräch, konzentrieren wir uns gar nicht richtig auf unser Gegenüber, weil wir einfach nur darauf konzentriert sind, okay, wie kann ich jetzt diese coole Geschichte von mir unterbringen, die zeigt, was für ein toller Mensch ich bin, so nach dem Motto. Und genau das Gegenteil soll es aber sein. Wir sollten uns auch mal verletzlich zeigen, auch mal die Schattenseiten zeigen, weil das ist eben das, was eine Beziehung fördert, was dazu bringt, was Menschen dazu bringt, dass sie sagen, hey, ich fühle mich dieser Person jetzt irgendwie ein bisschen vertraut. Und in diesem Zuge, noch wichtiger, auch mal ernsthaft aufrichtig zuhören, Rückfragen stellen, Nachfragen, ernsthaft interessiert an einer anderen Person zu sein. Ich finde, man kann es sehr, sehr gut erkennen in einem Gespräch immer, ob die Person wirklich an mir als Person interessiert ist, wenn ich etwas erzähle, oder ob sie einfach nur eine Agenda hat dahinter sozusagen und ihre eigenen Geschichten unterbringen will. Ja, und Verbindung herstellen, das hast du gerade angedeutet, auch durch Interesse, aber was ich auch einen ganz tollen Tipp fand, den Namen des Gegenübers öfter mal ins Gespräch einzustreuen. Wie schafft das denn Verbindung? Da gibt es auch tatsächlich sehr, sehr viele Studien dazu, die das belegen. Das war mir generell über den Buch auch sehr wichtig, dass ich viel auf Studien eingehe oder mich auch einlese, dass das alles Hand und Fuß hat, was ich für Tipps gebe. Und der Name, das ist einfach faktisch so, unser eigener Name ist das liebste Wort eines jeden Menschen. Da sind wir einfach von Grund auf drauf geprimed. Wenn wir unseren Namen hören, ist es relevant für uns. Wenn jemand den Namen sagt, geht auch ein bisschen in die Richtung mehr Exposure wieder. Dann ist die Person uns sympathischer und wir fühlen uns ihr mehr verbunden. Jetzt ist es ja aber ganz oft so. Ich denke, das kennt jeder Mensch, der jetzt gerade zuhört. Man ist auf einem Event, auf einer Party, was auch immer. Jemand stellt sich vor, 20 Sekunden später den Namen wieder komplett vergessen. Und das ist eben was, wo ich sage, hey, nimm dir mal bewusst die Zeit und bewusst die Energie, dass das nicht passiert, sondern versuch daran zu arbeiten, dir den Namen zu merken. Das kann man mit Eselsbrücken machen. Mein bester Weg ist immer, dass ich mir überlege, okay, hey, ich habe jetzt jemanden, der Jonas heißt beispielsweise, lern den kennen. Und ich habe damit versucht, einen anderen Jonas, den ich kenne, an den zu denken und dann eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden zu finden. Zum Beispiel in der Schule war ich mit einem Jonas, der war immer der Größte der Klasse und der Jonas, den ich kennengelernt habe, auf dem Event war auch relativ groß und dann war das mal der Eselsbrücke, der große Jonas, so wie der aus der Schule und dann konnte ich mir das für den Rest des Abends merken. Und dann versuche ich eben immer wieder einfach auf natürliche Art und Weise, natürlich nicht, dass es komisch wirkt, aber auf natürliche Art und Weise diesen Namen unterzubringen, ins Gespräch zu integrieren, ihn mit Namen anzusprechen und so weiter, weil das einfach, da können wir uns nicht dagegen wehren, ein Faktor ist, dass wir jemanden sympathischer finden. Ich habe das tatsächlich auch schon mal ausprobiert und zuerst fanden es die Personen irgendwie komisch, dass ich, weil ich habe den Namen dann nochmal wiederholt, um mir das zu merken und ich habe aber dann gemerkt, dadurch, dass ich den Namen dann wusste, war dann doch die Verbindung direkt enger, als wenn man sich nur so irgendwie auf einem Event einen halben Abend lang unterhält. Das war schon echt, also es funktioniert, ist in der Praxis angewandt worden von mir. Wenn man jetzt miteinander befreundet ist, sagen wir mal, man hat es jetzt geschafft, man hat connected, man hat sich getroffen, es gibt aber doch auch immer wieder Durststrecken in Freundschaften. Davon schreibst du ja auch. Freunde, die sich wenig melden, wir haben vorhin auch darüber geredet, man hat Alltag, man hat Dinge, die einem dazwischen kommen. Oft ist es ja gar nicht so, dass es wirklich eine böse Absicht ist. Ein Chat auf WhatsApp rutscht nach unten, da hast du auch ein paar Tipps zum Freundschaften pflegen, oder? Auch 100 Prozent. Das ist ja ein genauso wichtiger Aspekt in diesem ganzen Kontext. Also das ist was, was ich leider bei mir in der Vergangenheit immer wieder festgestellt habe, ich bin immer noch nicht perfekt darin, aber ich gebe mein Bestes dann zu arbeiten, dass man eben so eine Freundschaft nicht auslaufen lässt, einfach wegen eines stressigen Alltags und so weiter. Und da ist eben ein Punkt, den ich vorhin auch schon angesprochen habe, mit diesem Ego mal zurückschrauben. Also auf der einen Seite, wenn sich jemand mal nicht meldet, also ich hatte da so eine Situation, wo ich jemanden kennengelernt habe und ich habe dem geschrieben und er hat mir nach zwei Tagen nicht geantwortet. Ich habe ja gesehen, er hat eine Instagram-Story gepostet und somit war er ja definitiv an seinem Handy und war dann richtig sauer erstmal und wollte mich gar nicht mehr bei dieser Person melden. Und das ist aber genau so ein Aspekt, wo ich dann mal überlegt habe, hey, schau doch mal in dein eigenes WhatsApp, in deine eigenen Instagram-Chats und habe dann gesehen, hey, scheiße, da habe ich ein paar auch nicht geantwortet. Nicht, weil ich die Person nicht mag, nicht, weil ich ihr nicht antworten wollte, sondern weil einfach mein stressiger Alltag dazwischen gekommen ist. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, okay, einmal das Ego rausnehmen, ruhig ein zweites Mal nachhaken, natürlich bis zu einem gewissen Punkt, das ist klar. Aber oft ist es eben einfach der Stress und oft muss man dann eben bewusst ein bisschen mehr Energie in das Ganze reinstecken. Das ist ein wichtiger Faktor und ansonsten ist es natürlich immer andersrum, aber auch wichtig, sich eine gewisse Offenheit zu bewahren und auf Menschen zuzugehen, ganz klar. Und auch mal in den WhatsApp-Chats runterscrollen und gucken, Mensch, da habe ich ja gar nicht geantwortet. Genau, da ist vielleicht ein ganz praktischer Tipp in diesem Zuge, wenn man WhatsApp nutzt als Hauptkommunikationskanal, ich denke, das machen ja sehr viele, was ich bis heute mache und damit super happy bin, damit keine Chats mehr untergehen, ich archiviere alle Chats, wo ich nicht mehr antworten muss. Das heißt, ich sehe nur noch Chats, wo eine Antwort von mir benötigt wird und alles andere ist aus meinem Sichtfeld weg. Da muss man noch eine kleine Einstellung bei WhatsApp treffen, dass archivierte Chats, wenn dir jemand schreibt, wieder aus dem Archiv rausgeholt werden, dass man quasi neue Chats wieder aufploppen, sobald eine andere Person schreibt. Aber dann ist das ein wunderbares Tool. Ich habe Stand jetzt genau vier offene Chats, auf die ich noch antworten muss von heute und alles andere ist aus meinem Sichtfeld draußen. Diese vier offenen Chats, immer wenn ich WhatsApp öffne, sehe ich quasi direkt vor mir und weiß, ah, da muss ich noch antworten. Und anders, wenn man quasi das alles in einem hat sozusagen, dann geht halt so ein Chat von vor vier, fünf, sechs, sieben Tagen ganz, ganz schnell unter, verschwindet im Nirvana und man kommt überhaupt nicht mehr dazu, darauf zu antworten. Absolut. Ich finde das einen echt guten Tipp. Nie wieder einsam steht auf der Rückseite deines Buches. Ist das was, dass du wirklich nie bist einsam? Und was ist der Unterschied zwischen einsam und alleine? Also letztendlich alleine sein und einsam, das hast du ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, sind zwei Paar Schuhe. Ich bin öfters alleine, ich bin selten einsam. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ich glaube, niemand auf der Welt ist davor bewahrt, sich jemals einsam zu fühlen. Es gibt immer Momente, wo wir einfach gerade nicht unbedingt so viele Menschen um uns hätten, wie wir das gerne hätten oder zumindest situativ. Aber im Großen und Ganzen fühle ich mich absolut nicht einsam, weil ich weiß, ich habe ein sehr großes, enges soziales Umfeld, auf das ich mich in jeder Lebenslage verlassen könnte. Da bin ich unfassbar dankbar drüber. Ja, Dankbarkeit, das ist auch ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang, finde ich. Die Verbindung zu anderen Menschen, die uns auch in Momenten der Einsamkeit stärkt, das ist, glaube ich, die Essenz von Freundschaft auch, dass die ja auch über die Einsamkeit hinweg uns irgendwie auch begleitet, wenn es echte Freunde sind, mit denen man auch mal schweigen kann. Und das Ziel muss Verbindung sein, aber welche Vision hast du am Ende als Social Media Manager, der Menschen vernetzt und zusammenbringt für die Zukunft in einer Gesellschaft, wo ja gerade auch die Spaltung, also eigentlich das Auseinandertriften, die Freundschaft gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ja, wie sieht für dich da eine Welt der perfekten Freundschaft aus? Wie sieht vielleicht die perfekte Freundschaft aus? Oder was würdest du dir wünschen? Viele Fragen in einer, aber ich bin mir sicher, du hast eine Antwort. Also, letztendlich, ich glaube, ich habe ja ganz plakativ im Rahmen des Buches das Statement gewählt, dass ich sage, niemand auf dieser Welt sollte sich einsam fühlen. Und da stehe ich auch zu 100 Prozent noch dahinter. Also in meiner perfekten Vision und Welt sind wir alle offen genug, so offen, wie wir sein müssen, um eben die richtigen Menschen zu treffen, um die richtigen Verbindungen zu knüpfen, um nie wieder einsam zu sein, sind andersrum, und das ist genauso wichtig, wenn wir jetzt wirklich in großen Visionen sprechen wollen, aber auch immer offen für andersdenkende Menschen. Sprich, verschließen uns nicht nur, sind nicht nur in unseren Grüppchen von gleichdenkenden Menschen, sondern bewahren uns immer eine gewisse Offenheit, neuen Denkansätzen, neuen Menschen gegenüber. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wir müssen definitiv alle die richtigen Menschen in unserem Umfeld finden. Das ist meine große Vision, damit sich niemand einsam fühlen muss, dass wir sozial sind, dass wir Menschen um uns haben, dass wir auch immer, immer, immer diese Offenheit bewahren. Aber das ist fast schon ein tolles Schlusswort, aber am Ende muss ich dich jetzt noch nach zwei kleinen Tipps fragen, da freuen sich alle immer drauf, wie jeder, jede, der dir heute zugehört hat, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, auch so ein bisschen dieses vielleicht nie wieder einsam zu sein umsetzen kann. Heute zwei kleine Dinge, die jeder im Alltag jetzt schon umsetzen kann für ein besseres Morgen für alle. Punkt Nummer eins ist erstmal ein ganz konkreter Tipp zum Thema sozial sein, Freunde finden, dass man immer einen Satz mehr sagt als nötig. Das ist gerade für introvertierte Menschen, die sich schwer tun, Gespräche zu führen, ist das eine super Übung. Beispielsweise, dass ich einfach diesen sozialen Muskeln ein bisschen trainiere, dass ich, wenn ich beim Bäcker bin, wenn ich im Supermarkt bin, wenn ich im Arztzimmer bin, was auch immer, einen kleinen Smalltalk-Satz mehr, einen kleinen Satz mehr als nötig, dass ich ein Kommentar, ob es nur ein kleiner Kommentar zum Wetter ist oder ein nettes Kompliment mache oder was auch immer, ein kleiner Satz mehr, um diesen sozialen Muskel zu trainieren, um eine gewisse Offenheit zu üben sozusagen. Das ist ein ganz konkreter Tipp zum Sozialsein und ein Tipp, der auch dafür gilt, aber aus meiner Sicht fürs ganze Leben und das habe ich immer versucht, so ein bisschen auch anzuwenden in meinem Leben, mach das, bevor du Angst hast. Weil oft sind es diese kleinen Ängste, ob das eine soziale Angst ist, jemanden anzusprechen, ob das Überwindung ist, irgendwie ein neues Hobby auszuprobieren, einen Menschen anzusprechen, irgendwas vielleicht auch mal zu verlangen, nach einer Gehaltserhöhung zu verlangen, wenn es Zeit wird oder einen Sport anzufangen, was auch immer. Diese kleinen Dinge im Alltag, die uns Überwindung kosten, die uns Angst machen, das nicht als Stoppschild, sondern als Startschuss zu sehen, das genau das ist, was wir machen müssen, um zu wachsen und da kleine Schritte gehen, aber immer kleine Ängste im Alltag überwinden. Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann sind wir in einem Jahr ein komplett anderer Mensch. Sehr, sehr cool. Den Angstmuskel trainieren, den Freundschaftsmuskel stärken. Ich danke dir, Felix, für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Das Buch von Felix Wunicke heißt Alles, was du übers Freunde finden, wissen musst und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Schaut auf das, was ihr habt und dann malt euch die Zukunft aus und visualisiert, was ihr gerne hättet. Geht in Verbindung, bleibt offen und denkt immer daran, authentisch bleiben und echt. Dann lieben euch die Menschen dafür, wie ihr wirklich seid. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.panguinrandomhouse.de Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an. . . . . .